Hey, hier ist Katharina zurück mit einem neuen Video, um dein Affiliate-Marketing erfolgreicher zu machen. Heute sprechen wir über kostenlosen Traffic, den du über Facebook generierst und womit du natürlich perfekt als Affiliate Geld verdienen kannst. Ich selber nutze diese Strategie schon seit einigen Jahren und setze die auch für jeden Kunden um, den ich eins zu eins betreue, weil diese Strategie einfach sehr effektiv ist. Ich finde, es ist ein Must-Have und du kannst dadurch einige Leads generieren, einige Sells oder halt eben auch neue Mitglieder für deine Gruppen generieren. Es kommt immer ganz darauf an, was du für ein Ziel hast. Auf jeden Fall generierst du hiermit kostenlosen Traffic. Das Ganze über Facebook, es ist super, super easy und perfekt für Anfänger. Deswegen hier nochmal ganz kurz der Hinweis, wenn du dich für Affiliate-Marketing interessierst und für die neuesten Strategien, dann abonniere unbedingt meinen Kanal. Denn ich lade regelmäßig neue Videos zu dem Thema hoch. Ja, wie ich schon gesagt habe, jeder kann es umsetzen. Es ist wirklich super einfach, fast schon vergessen von vielen. Du kannst dir damit eine eigene E-Mail-Liste aufbauen, was ich dir natürlich immer empfehlen würde. Du kannst mehr Gruppenmitglieder damit generieren oder natürlich auch damit Geld verdienen. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man diese Strategie einsetzen kann. Ich werde dir später auch noch ein paar Tipps geben, was meiner Meinung nach am besten funktioniert. Und was benötigst du dafür? Du benötigst im Endeffekt nur ein privates Facebook-Profil. Und ich würde sagen, wir gehen einfach jetzt in die Praxis. Ich zeige dir, wie du diese Strategie umsetzt und wie der Traffic hinterher generiert wird. So, wir sind jetzt hier schon auf meinem Facebook-Profil und auch hier findet jetzt schon die komplette Strategie statt. Es ist eine super effektive Möglichkeit, nämlich hier mit dem Titelbild jede Menge Traffic zu generieren. Ja, du wirst dich jetzt wundern, okay, wie kommen die Leute denn auf mein Profil und so weiter? Vielleicht ein paar Fragezeichen. Keine Sorge, da gehe ich später drauf ein, okay? Bei mir ist es so, dass ich sehr viele Leute auf mein Facebook-Profil bekomme. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Es gibt Leute, die suchen nach mir. Ich werde verschiedenen Leuten vorgeschlagen. Ich bin aktiv in verschiedenen Gruppen und die Leute kommen auf mein Profil. Bei mir steht ganz klar das Branding meiner eigenen Personenmarke im Vordergrund. Und ich möchte natürlich meine Facebook-Gruppe aufbauen, weil das so der Ort ist, wo ich Content poste neben YouTube und wo ich halt mit den Leuten interagiere. Deswegen ist hier bei mir auch ganz klar der Call to Action auf meine Facebook-Gruppe. Und du siehst das hier. Ja, du bist auf meinem Profil und siehst schon ganz groß die Affiliate Marketing Community. So und so viele Mitglieder. Es gibt Gratis-Trainings und es gibt regelmäßige Livestreams. Und dann haben wir eine Art Button, quasi wie eine kleine Landingpage aus unserem Profil gebaut, wo man hier auf diesen Button klickt. Und dann hier die Affiliate Marketing Community zur exklusiven Facebook-Community hier klicken. Und ich kann dir sagen, das ist super effektiv, okay? Dieses Bild ist so optimiert, dass es auf dem Handy perfekt aussieht und eben auch auf dem PC. Wie du das erstellen kannst, werde ich dir gleich natürlich zeigen. Und ich werde dir auch die perfekten Maße geben, die ich immer nutze und wie ich es halt so einstelle, dass es auf jeden Endgerät gut aussieht, weil das ist nämlich wichtig. Ich sehe, dass viele Leute dieses Bild einstellen und es sieht dann quasi auf dem Handy scheiße aus. Okay, das macht keinen Sinn. Es muss perfekt sein. Aber dank dieser Anleitung wirst du das auch hinbekommen. Und das ist etwas, das nutzen sehr, sehr wenig Leute hier in Deutschland, im amerikanischen Raum richtig krass. Und auch mit mega Erfolg. Ja, so jeden großen Marketer, den ich kenne, der hat so ein klickbares Bild quasi hier mit diesem Button und nutzt das Ganze hier eben auch für sein Business. Ich will dir mal zwei Beispiele zeigen von zwei Leuten, die ich sehr, sehr cool finde. Und zwar hier einmal von einem Funnel-Designer, hat auch ein sehr, sehr cooles Training gemacht. Und er hat das hier ähnlich aufgebaut. Ja, er hat hier diese Funnels. So wird ein hochbezahlter Funnel-Designer in 27 Tage hier klicken und kostenfreies Training ansehen. Ja, wir klicken mal hier weiter. Oder hier, komm hier in die Facebook-Gruppe, ja, wo es um das Thema Funnel-Designer geht. Okay, das ist jemand, der setzt das quasi hier immer so um. Und wenn du dann auf sein Profil gehst, es sieht halt wirklich aus wie eine kleine Landingpage und durch diesen Button lädt es eben zum Klicken ein. Ja, es ist halt quasi nur ein Button hier auf dem Bild draufgesetzt, aber Leute klicken automatisch drauf und kommen hier zur Gruppe. Weil das Hauptproblem ist halt eben meistens, dass wenn du eine Gruppe hast, irgendwas hast, dass das oftmals untergeht, ja. Du kannst es zwar unter den Links in deinem Profil verlinken, aber wenn du das nochmal so direkt als Titelbild quasi hast, okay. Man kann direkt per Button so draufklicken, klickt man viel eher, als wie wenn ich jetzt irgendwie lange suchen muss, wo ist dein Link, ja. Das machen die Leute nicht. Das machen sie erst, wenn sie dich vielleicht kennen und unbedingt dein Content wollen. Deswegen ist es wichtig, direkt ins Auge zu fallen und das kannst du halt hiermit sehr, sehr gut. Und so könnte ich dir wirklich noch 100 andere Beispiele zeigen von Amis, die das eben auch nutzen. Jetzt geht es aber darum, dass du dieses Bild eben erstellst, dieses Titelbild. Und ich habe jetzt wirklich viele verschiedene Größen getestet und ausprobiert und geschaut, wie sieht das Ganze am Handy perfekt aus und was ich dir halt wirklich empfehlen kann. ist diese Größe, okay. Genau. Die kannst du dir ja dann einmal screenshotten, wenn du das möchtest. Das ist genau die Größe, die ich eben auch hier verwende. So. Und jetzt ist das Ganze relativ einfach aufgebaut. Ich nutze dafür, um es nochmal ganz kurz zu erwähnen, aber die meisten kennen es, natürlich Canva. Ich persönlich habe Canva in der Betalversion, weil ich hier auch meine Bilder und alles mit freistelle und es halt eigentlich ausschließlich nutze für alle Grafiken. Du kannst es aber am Anfang auch in der kostenlosen Version nutzen. Jetzt hast du hier einige Vorlagen, die du nehmen kannst. Sie sind aber meistens für so ein Titelbild nicht wirklich geeignet. Was du zum Beispiel nehmen könntest, wäre, als neue Seite hinzufügen, zum Beispiel so ein Hintergrundbild, okay, wenn dir so etwas gefällt. Hier mit dem Text und alles, das passt in den meisten Fällen nicht auf das Bild. Deswegen würde ich dir empfehlen, wenn du die Maße nimmst, die ich nehme, ungefähr das hier so anzuordnen, den Text. Also so relativ mittig und auch das Bild von dir, ganz, ganz wichtig, auf der rechten Seite. Das konvertiert besser, sieht besser aus und der Button hier auf der linken Seite, auch wenn es bei Sales Pages oft anders ist, Button auf der rechten Seite. Aber hier, diese Anordnung funktioniert besser und ich habe vieles getestet, wo mehr Leute draufklicken und was eben auch besser aussieht, okay. Das heißt, du kannst hier gerne so einen Hintergrund verwenden. Was ich aber hier rauslöschen würde, sind halt diese Punkte hier, okay. Den Text würde ich dann komplett selbst schreiben. Also das Gute ist halt, wenn du hier eine Vorlage erstellst, ein Design, ja, mit dieser Größe, dann sind diese ganzen Vorlagen hier auch schon in dieser Größe, okay. Also sie sind dann hier genau in der Größe, wie du es eben erstellt hast. So, und jetzt gucke ich mal bei Uploads. Du siehst, hier hatte ich das mal auf der anderen Seite. Das hat nicht gut funktioniert. Und jetzt würde ich ganz einfach hier zum Beispiel ein Bild, ich nehme jetzt einfach mal dieses Bild, okay. Das ist eins für meine YouTube Thumbnails. Und das Coole bei Canva ist halt eben, wenn ich dieses Bild hier so habe, kann ich hier auf Background Remover gehen und kann meinen Hintergrund hier entfernen. Ich kann das auch immer noch mal so ein bisschen nacharbeiten. Jetzt gucke ich mal. Ja. So, kann ruhig hier an der Seite ein bisschen abstehen. Ist nicht so tragisch. Jetzt habe ich mich hier und jetzt würde hier zum Beispiel noch der Text hinkommen, okay. So. Und jetzt würden wir hier den Text noch anpassen, wie ich das zum Beispiel auch gemacht habe. Die Affiliate Community. Das Ganze zentriert, also, nee, beziehungsweise linksbündig. Das ist, das sieht dann halt einfach ein bisschen besser aus. Empfehlen tue ich dir diese Schriftart, Poppins. Genau, weil die, finde ich, kann man relativ gut lesen und sieht auch gut aus. Dann änderst du hier halt eben noch so ein bisschen die Abstände, ja. Passt es halt einfach so an, wie es dir gefällt, ja. Dann kannst du hier unten drunter noch so einen kleinen Text schreiben, bla, bla, bla. Ja, worum es zum Beispiel geht. Wenn es jetzt ein E-Book ist, ein kostenloses Training, was du anbietest, dann schreibst du halt, worin es darin geht. Beziehungsweise kurz gefasst, was die Leute erreichen können. Zum Beispiel mehr Leads und Sales mit deinem Facebook-Profil. Oder verwandel dein Facebook-Profil in einen profitablen Sales-Funnel. Jetzt mehr erfahren dann zum Beispiel mit Button, okay. So, dann erstellst du halt so einen Button. Dafür gibt es hier diese Elemente. Du kannst einmal CTA eingeben, obwohl hier wird jetzt nicht so viel kommen. Wir müssen Button eingeben, Button. Und dann haben wir hier schon verschiedene Buttons und müssen einfach mal schauen, welcher Button uns gefällt und welcher Button halt eben auch passt. So, ich würde versuchen, dass das hier immer so einen geraden Abschluss macht, dass das einigermaßen gerade aussieht. Und den Button dann hier auch so setzt. Weil dann sieht es hinterher Mobile und am PC einfach ein bisschen besser aus. Hier kommt dann noch dein Call-to-Action rein. Zum Beispiel zur Gruppe. Wie auch immer, was dein Call-to-Action ist. Ja, und dann kannst du das Ganze hier noch ein bisschen anpassen. Ja, mit Farben, mit so einem Pfeil und so weiter. Aber es geht wirklich sehr, sehr einfach. Dann ist meine ganz klare Empfehlung, auch wenn ich dir hier eine Größe vorgebe, teste das Ganze bitte, okay. Das heißt, du gehst jetzt hier auf dein Facebook-Profil und ich teste das immer zweimal. Ich liebe auch deswegen Apple, weil wenn ich zum Beispiel hier am PC sowas erstelle, dann gehe ich bei meinem Bild auf AirDrop, auf Teilen. Und dann schicke ich mir das mit einem Klick an mein Handy und an mein iPad und schaue überall. Aber wie gesagt, es gibt auch andere Möglichkeiten. Deswegen schau, dass du das Bild vom PC auf dein Handy bekommst. Dann teste ich es als allererstes hier am PC. Das heißt, ich lade es hier hoch und schaue erstmal, okay, wie sieht es hier aus. Dann denke ich mir, okay, passt. Danach nehme ich mein Handy und lade das Bild am Handy hoch. Okay, solange wie du es nicht speicherst, wird es den Leuten auch nicht angezeigt, dass du es eben geändert hast, okay. Das ist dann nur für dich. Das heißt, ich gucke an meinem Handy, weil das ist mit das Wichtigste. Die meisten Leute rufen Facebook über das Handy auf und schaue am Handy, ob es passt. Und wenn der Button dann vielleicht noch so ein bisschen abgeschnitten ist, ja, oder die Schrift, dann gehe ich nochmal zurück in Canva rein und passe es dann ein bisschen an, ja. Dann schiebe ich die Schrift halt eben mehr in die Mitte, verkleine es ein bisschen. Bei mir persönlich ist das Wichtigste, dass es am Handy wirklich gut aussieht. Also, dass der Button zu sehen ist und eben die Schrift, weil am PC sieht es so oder so gut aus. Ob es jetzt ein bisschen kleiner ist, ein bisschen mehr zur Seite. Wir haben hier ja relativ viel Spielraum. Genau. Und dann lädst du das Ganze halt eben hoch, wenn du das perfekt für dich optimiert hast, klickst dann eben hier drauf und dann kannst du unter Bearbeiten hier ganz klar die Verlinkung machen. Ob das jetzt eine Verlinkung ist, was am besten funktioniert, eben zu einem kostenlosen E-Book, zu einem kostenlosen Online-Training oder natürlich zu der Facebook-Gruppe. Ich persönlich sehe eine Facebook-Gruppe in Kombination mit dieser Strategie extrem effektiv. Ja, gerade für Affiliates. Ich werde dir das Video hier auch nochmal verlinken, wie ich empfehlen würde, wie man mit Affiliate-Marketing starten sollte. Genau. Kannst du dir ja dann gerne mal ansehen. Genau. Jetzt kommen natürlich auch so Fragen. Wie generiere ich denn Traffic? Und ich kann dir sagen, es gibt keinen geheimen Hack, dass besonders viele Leute auf dein Profil kommen, okay? Es gibt keinen Hack, wo ich dir sagen kann, mach das am Tag 10 Minuten und du wirst ohne Ende Besucher bekommen. Es ist quasi etwas, wo du Zeit investieren musst. Es gibt hier keine Abkürzung. Einer meiner Lieblingsstrategien ist es, zum Beispiel in Facebook-Gruppen zu gehen, wie zum Beispiel in meiner Facebook-Gruppe oder halt anderen Facebook-Gruppen. Es kommt ja auch immer darauf an, was dein Thema ist. Natürlich keine Spam-Gruppen, sondern Gruppen, wo es Content gibt, okay? Und dann schaust du einfach mal hier durch. Und hier hat jetzt jemand zum Beispiel eine Frage gestellt, ja? Er hat die Frage, wie fängt man jetzt mit Affiliate-Marketing an? Genau. Und dann antwortest du hier drauf und wenn die Antwort gut ist und du gibst dir damit auch ein bisschen Mühe, mit den Leuten in die Interaktion zu kommen, dann werden die automatisch, wie ich das hier mache, bei der Christina auch auf dein Profil klicken und werden sagen, ah, okay, das macht die, ich klicke hier drauf und hole mir mal ein paar weitere Informationen, weil ich habe den Namen jetzt schon öfters gelesen. Das heißt, du musst es schaffen, in die Interaktion zu kommen, Reichweite erstmal so zu generieren. Und dafür empfehle ich dir wirklich Facebook-Gruppen. Es ist die beste Strategie, wenn du anderen Leuten hilfst, okay? Und es gibt so viele Gruppen zu so vielen Themen, wo du das eben anwenden kannst. Und du wirst sehen, wenn du die ersten Freundschaftsanfragen bekommst von Leuten, dann wird Facebook schon mal sehen, welche Leute sich für dich interessieren und dann wirst du auch anderen Leuten vorgeschlagen. Das heißt, du wirst mit der Zeit mehr Freundschaftsanfragen bekommen, mehr Interaktion. Dein Name wird öfters auftauchen, du generierst mehr Reichweite und du bist quasi sichtbar auf Facebook. Das ist eines so der besten Strategien. Genau, ich hoffe natürlich, dass dir dieses Video gefallen hat. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir gerne ein Like da, schreib mir deine Meinung zu dem Video hier in die Kommentare. Denk daran, meinen Kanal zu abonnieren. Ich wünsche dir alles Gute, maximalen Erfolg. Sag bis zum nächsten Mal, deine Katharina. Ciao, ciao.